meine lieben willkommen zurück bei der forest ja ist wieder sonntag hatte ich mir war ich wieder eine kleine folge hier im wald bauen rumlaufen wieso nicht mal sehen vielleicht mache ich jetzt tatsächlich jeden mittwoch und sonntag der forest eine folge wo nicht den baum nicht den baum weiß noch nicht mal sehen aber auf jeden fall habe ich wieder lust auf eine kleine folge und wieso nicht so jetzt ist die frage hier haben wir noch was zu tun und da oben haben wir auch noch was zu tun dann wie sagen wir fangen doch mal an ich muss hier sowieso die bäume wieder abholzen die hier draußen wieder nachgespawnt sind aber ist das ein gestrickter ist das ein gestrickter dann hauen wir den griff mal weg hier ach ja es macht einfach spaß aber es macht einfach spaß dass wir gucken was wir heute alles schaffen schon etwas gespannt das war nicht wie lange ich die folge heute machen vielleicht wieder eine halbe stunde oder so mal sehen das mache ich halt spontan haben wir erstmal an mir hier mit guck mal das ist auch nicht fertig da unten noch einiges zu tun hier wir sagen jetzt bauen wir erstmal das hallo darf ich mal durch das teil hier fertig da fehlt glaube ich nicht mehr als viel und ich holz gerade den mit weg so komm gib dir mühe mein lieber hau das ding weg hau es weg noch mal komm einer geht noch noch einer nur noch einer jetzt warte mal wo ist der baum hier lässt sich aber ganz schön zeit beim umfallen so und zack na komm neun stück neun stück tatsächlich nur noch voll bei dem müssen wir auch noch abholzen hier so können wir gleich mal gucken um neue federn gespawnt sind alles klar dann halt nicht pass auf baser mal auf ja doch kommt mit das ding das haben wir jetzt nach vorne gesaust das bauen wir jedes mal fertig na 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 das wird nichts so wie kriegt ich jetzt hier weg gehauen jetzt liegst du halt in die richtung was sollst und warte mal ich könnte ich auch in die richtung fallen lassen ob das wird uns auch fällt der feld jetzt auch so wie ich es will jawohl sehr schön ein paar ständchen sammeln nebenher damit er damit der ist gleich fertig hier ist noch einer nur nichts zurücklassen so warte mal das müsste theoretisch vielleicht sein jetzt oder na 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 komm schon wo ist es wo ist es ja wohl fertig geil alles klar dann bauen wir den hier gleich da drüben ein denn wenn es dann geht geht nicht und ich gehe mal eben nach oben da liegt auch noch einer wenn ich mitnehmen ist ja auch verbaut lass mich mal jetzt ruhig wo ich mich da rankommen soll keine ahnung wie ich daran kommen soll aber das kriegen wir schon hin und guck mal was liegt nah oh nein ich bin voll einmal rote farbe ich habe das gefühl es wird gerade dunkel kann das sein und was essen müsste ich auch mal nein das roh der bursche ist roh treppe bevor sie sich nicht die füße brechen das tut weh die paar ständchen können wir gleich noch hier es wird langsam da kommen den stein nehmen wir auch noch mit den auch wird tatsächlich dunkel jetzt das ist das auch schon fast fertig so jetzt gleich paar neue steinchen schön schön unsere kleine behausung hier wächst und wächst zweiter mal die excel können wir hier an hängen und dann muss ich direkt mal gucken ob wir noch was zu futtern haben normal schon oder ja guck mal da alles voll die frage was davon ist fertig fertig getrocknet jo lecker einmal feuerchen angemacht nein blätter genau da mach mal schön hell hier ja 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 guck jetzt richtig schick richtig schick können wir schon pen nee noch nicht noch nicht aber bald sei jetzt auch ein steinchen oder zwei guck mal da habe ich ja noch ganz viel mehr und das ding noch mal voll oder ding machen wir es einfach voll da liegt auch noch einer was haben wir gefangen ein hasen ich mag das nicht da kommt na komm äh wo ist denn hier mein bauplan war das das jawohl trophäen na wo ist es hier geht das nicht nee das geht nicht schade schade aber hier geht es da wo ist der hasenkopf es ist ein ehrenplatz oh gott der arme hase und das ich dachte hat sich gerade angelegt wird der baum umfallen so jetzt haben wir hier plattformen wo da muss ich tatsächlich auch eine brücke rüber ziehen da muss ich auch eine brücke rüber ziehen sehe ich gerade das kann man nicht direkt mal anzeichnen oder wo ist denn das nein das geht ja gar nicht es geht ja gar nicht wieso geht das nicht gegen den seilen das ist ja doof wenn ich jetzt tatsächlich überlegen ob ich den baum da hinten abreißen okay das wird zwar nichts wieder zu jetzt mit der axt wenn wir ihn noch nicht pennen können dann brauchen wir eben noch ein bisschen weiter wo trinken na egal kommen da oben gibt es ja gott sagen nachschub was nur aufpassen dass die bursche nicht vorbeikommen jetzt gar keinen bock drauf wie viel baum stemme 179 oh mein gott das wird eine weile dauern ich habe sie auch ziemlich großzügig hier angezeichnet da kommen wir fangen einfach irgendwo an ihr geblieben wird sich nicht gedrückt mal gucken ich muss mal gucken ob ich das jetzt hier so nah wie möglich am rand den würde ich gerne stehen lassen tatsächlich habe ich eigentlich dynamit nein habe ich nicht hier ich muss mal gucken wo wir dynamite kriegen damit geht es wesentlich schneller und noch mal dynamite hätte schon mal welche gefunden aber ich weiß nicht mehr wo da kommt die kompon voll dann nehmen wir auch gleich mit den holz mal auch gleich ab dann haben wir schon ein bisschen mehr jawohl ja hoch na komm einmal da oben das guck mal krieg ich das naja nicht ganz nicht ganz nicht ganz guck mal war noch mehr oder naja guck mal da da ist auch noch einer wenn es geht ohne runterfallen da seltsam aber okay naja wieso nicht mittlerweile müssten wir pennen können oder da ist ja schon soweit sein mal gleich mal schauen dann mal schauen wo wir dynamite kriegen belege aber kommen nicht drauf wo wir dynamite und hatten das letzte mal hier habe ich gerade was gehört oder ich bin das nur eingebildet das ist hier gleich an die ball und mutanten aufkreuzen sie gut aus so jetzt hoch ist das gefährlich ja guck mal geht jetzt kriegen wir hin oh nein ja wieso geht es jetzt nicht aber da war es gerade oder schnell weg schnell weg obwohl warte mal die verbauen wir noch man ist wenigstens geschafft langsam langsam ganz langsam dass alle zeit der welt gute nacht auf zumindest dass es geht aber immer noch nicht heilandsack dauert aber dann können wir theoretisch noch was essen aber den kann man gleich aufhängen ja weil mh lecker fisch gleich mit schuppen kopf und augen schwanz meine ich direkt alles am stück verputzt jo dann ach ich brauche mal ein stickbehälter ich brauche ein stickbehälter ja so viele sticks hier rum fahren sieht man gar nicht wo ist denn das zeug hier äh schocklager genau den baue ich hier daneben würde ich sagen so einmal e gedrückt und einmal r gedrückt oder sieht er ganz anders aus sieht er ganz anders aus wie hübscher ist der stein pass mal auf das anders platziere ich den tatsächlich woanders noch mal besser aus dann würde ich sagen ich will den mal den auch hier irgendwo hinstellen ja komm ich stell den da davor warte 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 einmal e einmal r da und los ja sehr schön so waren es die ganzen sticks hier waren doch noch ganzen haufen waren doch noch einen ganzen haufen sticks weh dann ähm toll die ist weg so warte mal machen wir hier diesen hier das brauche ich muss ich muss mal gucken was ich alles für eine stein tasche brauche wenn ich mal stimme mehr steine mit mir rum schleppen kann das wäre vielleicht nicht schlecht so könnte man nicht mal schauen ne äh ein stein täschchen da brauche ich bestimmt hasenfell dafür oder achso ich muss hier gucken ich habe beutel wärmeanzug hasenfellstiefel ach da können wir tatsächlich hasenfellstiefel machen ne drei und zwei seile was habe ich jetzt ja ja he he ausrüsten hast du sie ausgerüstet oh ja guck mal du hast eine hasenfellstiefel an sehr schön hübsch so wie sieht es hier aus gehen in die lehre ist ja übel so kommen wir ins pen können wir jetzt pen 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 jawohl endlich kurz nach jetzt ist kaputt ja gut macht ja nichts willst du sowieso weg haben so jetzt müssen wir essen und trinken bist du schon fertig bist du schon fertig getrocknet jawohl dann gibt es noch ein bisschen für dich mein lieber und dann könnten wir mal hoch ins dorf gehen mal schauen ob das zufällig irgendwo dynamit rumliegt aber ich glaube eher nicht meines hat mir woanders gefunden hallo hase die kann man nicht mitnehmen hier gibt es noch klamotten mal gucken was was neues gibt aber ich glaube eher nicht oder ja was lange eigentlich ist das ist doch schön so ne das lassen wir liegen werden und die essen nö schmeckt ihm nicht anscheinend kein problem so sticks kann man auch gebrauchen und schädel ich glaube schädel haben wir genug nur das genug um noch mehr lampen zu bauen ja ich bin schon voll mit steinen das geht viel zu schnell jedes mal hallo jemand da nein kann ich in ruhe shoppen wunderbar da haben wir noch ein seil dann haben wir wieder Stoff und was zu trinken sehr schön warte mal gab es hier ja da ist dynamit wusste ich es doch na wunderbar trifft sich ja gut servus mein lieber tut mir leid aber ja und wenn du hier rumläufst jetzt ist glaube ich voll ja jetzt ist voll alles klärchen ach das ist echt schön wenn man hier einfach mal schnell rüber spazieren kann und ein paar sachen besorgen echt nicht übel so jetzt geht es auch mit bäume fällen wesentlich schneller ist doch nicht wahr ist doch nicht wahr der muss seit dahin hallöchen warum das jetzt hier eigentlich mit der tür nicht funktioniert das ärgert mich immer noch ich kenne hier eine doppeltür gehabt aber meh doppeltür hier ja ja genau hier ging es auch nicht ne ne wenn ich das hier wieder weg mache hier geht es die frage mache ich mehrere türen oder ja komm wieso nicht ne ach du bist das hier oder kannst du hier schick geräusche macht mensch erschreckt mich doch nicht so ich habe mir gedacht wo kommt das jetzt her sammle stücke sammle steine so pass auf dann haben wir jetzt hier zwei türen das muss eigentlich reichen da hinten ist eine und da ist eine das reicht locker ja das passt das passt den wollte ich stehen lassen genau so jetzt passen wir mal auf passen ach hier ne die leuchtfackel hä habe ich jetzt tomaten auf den augen wo ist das dynamit ich habe gerade dynamit gefunden bringstoff nein teile 19 stück zähne ach da unten menschens kinder das muss man auch erstmal finden so jetzt passen wir mal auf jetzt wird es lustig ja so fällt man bäume bei der forest das passt auf die nehmen auch gleich mit das ist natürlich ist wahrscheinlich schlafende hunde geweckt aber ist mir wurscht das ganze zeug hier anschaffen da sind sie schon ich wollte nicht stören tschuldigung ja ich weiß es bisschen früh am morgen um den lärm zu machen tut mir leid aber ja ihr wisst halt baut sich leider nicht von alleine wo bist du hin voller aber ich bin rot macht mir sowieso nix gute morgen die die mal an fraulein ist jetzt mal weg hallo ziemlich die ganze an wie sein auto ich hoffe es fängt nicht an zu regnen ansonsten ist schnell vorbei mit frieden hier mit dir los ist die will mich es ist los mädel kann doch mal nicht so ja eindeutig sie betet mich an die will mich die will mich hat sie pech gehabt soweit mal hier war fertig genau aber da weiter kannst du ja nachgeschichten wald schreibt die ganze darum ich habe keine zeit ich muss hier bauen muss mich irgendwie schützen für euch kommst du mal her genau so da fehlt auch nicht mehr viel dachten die uhr schon 23 minuten wahnsinn zeit vergeht hier kaum zu glauben geht es auch ratzfatz wo geht es die ausdauer alle ist die ausdauer alle fertig da fehlt noch einer oder zwei ich glaube einer wir warten aber noch mehr hier naja guck mal da flug doch gerade irgendwo noch ein baum schon gehört ist der ist darunter gerollt kommt stück kam das von es auch weg hier haben wir endlich der tag warte mal irgendwo ja guck mal linja ganz oben da liegt man ganz auf vielleicht mal so ein karren bauen wie hier oben na ja also geht das auch viel schneller ich tatsächlich sagen wir verbraten einfach das ganze dynamit für die bäume hier wenn wir das richtig schnell fertig kriegen. Da sind immer noch 139 Baumstämme. Ist ja Wahnsinn. Nicht zu fassen. So, warte mal. Okay, also eigentlich dachte ich, die Baumstämme, wenn man sie mit Dynamit fällt, fliegen, dann fliegen die Bäume zu einem hin. Aber offensichtlich habe ich mich geirrt. So habe ich das zumindest schon gesehen. Aber jetzt sind sie alle von mir weggeflogen. Ich habe nicht gehofft, die fliegen zu mir, damit ich nicht so weit laufen muss. Pass mal auf. Jetzt geht der Trick voll in die Hose. Ne, warte mal. Lass mal was essen hier. So. Nehmen wir sie hier noch mit. Da kommen immer mehr. So, auch fertig. Dann schnappe ich mir noch mal ein Dynamit-Steckchen hier. Einmal angemacht. So, jetzt will ich auch hoffen, dass sie auch in die richtige Richtung fällt. Betten, ihr fliegt jetzt in meine Richtung. Nö, sie fliegen von mir weg. Sehr schön. Jawohl. Ho, 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 ho. Ah ja, so macht das Spaß. Guck mal. Jetzt können wir hier schratzfatz einmal die Mauer rumziehen. So, zack, zack. Jawohl. So geht das richtig schnell. Richtig schnell. Hey, Kollege. Was soll das denn? Was ist mit dir los? Hey, ich bin rot. Ich bin dein Chef. Was ist mit dir nicht richtig? Kollege, was soll das denn? Komm, bring mal da hin. Den alten Nackedei. Ich glaube, es geht los hier. So. Ich glaube, der hat den Knall nicht gehört. Was soll denn das? Ja. Danke für die Knochen. Da habe ich sie noch nicht vergessen. Kamer extra zu einer Hülle gekrochen, um mir eine zu verpassen, der Sack. Ei, 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 ei. Frechheit. So. Guck mal, was hier noch an Baumstämme rumliegt. Ist ja Wahnsinn. Mensch, 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 Mensch. So, die Knochen jetzt. Hol ich hier mal noch eine Ladung und dann gehe ich noch mal nach den Knochen gucken. So. So, mein Lieber. Hast du dich schon aufgelöst? Ja. Ja. Okay. Ganz schön hennen hier mittlerweile. Oh, komm, trink mal, trink mal eine Cola, damit du ja, wie du ein bisschen rennen kannst hier. So, das passt immer. Warte mal, ich hole mir jetzt einfach die ganzen Baumstämme hierher. Das ist mir, das mal gegen zwei Stück da rumzurennen. Noch ein bisschen langwierig hier. So, komm. Hier liegt nur einer. Da liegt nur einer. Da. Was ist mir denn? Ach, das ist so einer. Der dürfte mir jetzt theoretisch nichts machen, oder? Bist du lieb? Komm, iss hier, iss paar Bären. Extra für dich gepflanzt. Ach, hier seid ihr zu zweit. Uh, waren schon viele. Ich glaube, das ist der eifersüchtige Mann. Ah, da ist sie wieder. Was ist denn? Könnt ihr ruhig mal helfen, wenn ihr schon da seid, ne? Wir werden das. Nachbarschaftshilfe und so, ne? So, warte mal, war das das jetzt? Gut, das war es jetzt, dass ich mit Baumstämme jetzt. Ja, genau, da stehst du schon mal richtig. Jetzt habe ich mal einen mitnehmen können. Brauchst du gar nicht von hinten kommen. Ah, guck mal, das ist schon die nächste Nachbarin. Servus. Ja, was ist denn jetzt los? Hey, 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 hey. So nicht. Äh. Ich glaube, euch geht es so gut, hä? Ja, guck dir ruhig zu, hä? Na? Kleiner Gollum, du. Hey, 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 hey. Ach, guck mal, wer da wieder da ist. Schön kannst du singen, mein Lieber. Richtig, richtig gut kannst du das. So, dürfte ich, dürfte ich jetzt mal hier wieder bauen. Meine Fresse, was ist denn hier los, ey? Du hast mich doch gerade einer angesprochen. Jetzt habe ich doch genau gehört. Komm, wo ist der nächste blaue? Da sitzt er doch, guck mal. Servus, hi. Nettlich kennenzulernen. Was ist denn hier los? Alter, schreien kannst du wie ein Weltmeister. Oh, 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 oh. Da wird einem ja Angst und Bange hier. Servus. So viele Leute und keiner hilft mir. Das ist frustrierend. Wisst ihr, das ist recht frustrierend. Sag mal, ihr lebt auch nach dem Motto Teamworker. Ihr seid das Team und ich wirke hier. Hallo, was ist denn hier los? Komm. Auch nochmal Knochen. Ja, schon. So, einmal den. Oh, nee, warte mal. Jetzt habe ich den, komm, den können wir auch zu stückeln. So, ein Beinchen. Na komm, nimm mit. Noch ein Beinchen. Ich bin schwer beschäftigt hier. Was soll ich denn da noch sagen? Ja, pass auf. Alter, wenn es jetzt anfängt zu regnen, dann habe ich die Arschkarte. Im wahrsten Sinne des Wortes. Dann bin ich auch, dann bin ich, dann bin ich Geschichte. Dann könnt ihr mich abschreiben. Alter, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Alter, was ist denn hier los? Was? Du Ferkel. Komm, streckst du mir direkt den Arsch entgegen. Äh, leg mal ab. Nein. Ich bin gerade echt... Echt erstaunt darüber, was hier los ist. Kloppt jetzt gerade meine Mauer? Die freche Nudel. So, Leute, ich... Ich muss mich langsam mal... Langsam, aber sicher mal... hier in Sicherheit begeben und mich verabschieden, so wie es aussieht. Alter Schwede. Was habe ich die... Oh Mann. Ja, was habe ich mir hier eingebrockt? Was ist nur hier los? Das Problem ist, wenn ich die jetzt angreife... ... 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 hause dann der frieden noch gewahrt ist hier dann würde ich sagen ich mache jetzt mal schon ein speicherchen haben auf den letzten slot wie immer so und dann ja meine lieben dann vielen dank fürs zusehen hoffe ihr hat spaß und dann sehen wir uns in der nächsten folge wieder also spätestens dann am mittwoch und bis dahin noch einen schönen sonntag wünsche ich und macht's gut bye bye